Hey, hier ist Max von Max Epson. Heute spielen wir wieder Clash of Clans und ich wurde ordentlich angegriffen. Ach, mal komplett zerstör... Jo, wahrscheinlich einfach komplett Zerstörung. Mal zwei... So, mal vier, okay. So gute Riesen habe ich aber auch noch nicht. What? Das reicht, das reicht. Also, wie ihr da gerade wahrscheinlich gesehen habt, wurde ich ordentlich zerstört. Und zwar richtig heftig zerstört. Aber der Typ war gut, der mich angegriffen hat. So, ich habe jetzt übrigens hier jetzt meine Luftabwehr eingepackt. Kann ich direkt einmal... Nee, ich spare erstmal lieber kurz, lieber. Und ich brauche wieder ein paar Juwelen. Ja, richtig. So, ich kann vielleicht schon mal... Nee, okay, das wäre fertig. Okay, ich würde sagen, wir machen direkt erstmal einen Angriff. Auf den Schaukelberg vielleicht sogar. Erstmal kann man finden hier. Okay. Alex hier, das holen wir uns nochmal. So. Über ein bisschen Barbaren hin. Ist aber gut, so ein bisschen. So, vielleicht hier am meisten. Damit die sich den Minenwerf hier schnappen können. Der hat nämlich nur einen. Vielleicht geht das dann ja. Dass die das irgendwie zerstören. Ähm... Oh, ist das der Tour der hier ran hier. Aber das Problem ist, die gehen einfach nicht da rauf. Auch den Minenwerf. Obwohl... Komm, sehr schön. Einfach die Mauer kurz. Und dann bitte den einmal kaputt machen. Oh, dankeschön. So, jetzt wäre eigentlich alles bestens. Ich habe eigentlich schon alles Elixir und Gold mitgenommen, was geht. Oh, komm. Okay, das war mir unnötig. Na, egal. So, äh... Verteidigung hat er halt noch. Das ist ein bisschen problematisch. Aber dafür leben bei mir noch echt verdammt viele Barbaren. Das ist nice. Fantastisch. Ich schätze mal, 100% kriege ich nicht hin. Weil er hat noch seinen Magiertaum. Der ist gut. Und die gehen nicht auf die Verteidigung. Das... Naja, okay, egal. Ist trotzdem bisher gut gelaufen. So mit den 86%, muss ich sagen. Ja, komm, die sterben jetzt in den Magiertaum. Weil der Magiertaum macht halt Flächendamage. Das ist ein bisschen blöd jetzt gerade. Genau. Das ist ein bisschen blöd jetzt gerade. So, dafür habe ich nicht alles mitgenommen, was mitzunehmen geht. Das ist nice. Das ist schon mal sehr gut. Kann ich hier was sein, mal? Ne, kann ich nicht. Schade, okay. So, die nächsten sind auch schon fertig. Das ist perfekt. Und dafür sagen, wir machen einfach nochmal die Nubaban rein. Vielleicht noch ein paar hier von den Berogenschützen. So, ja, es passt. Und da würde ich mal sagen, mache ich einfach den nächsten Kampf. Oder... Ne, ich greife einfach mal die Kobold an. Das muss ich auch mal mitmachen, ne? Ich habe das schon echt lange nicht mehr gemacht. Äh. Der hat ja zwei Minenwerfer drin. Kann ich mir vorstellen, dass ich das nicht hinbekommen werde. Aber er hat hier bestimmt so eine Sachen drin. Ja, sei ja. Gut. Sind jetzt weg. Hoffentlich doch mal. Nein, geht bitte auf die Mauer. Hey, Mauer. Na, doch nicht. Soll ich möglichst... Ja, genau. Das soll die. Ich höre mal. Die Mauern werden relativ schnell angegriffen, beziehungsweise durchmauert. Komm, komm, komm. Jetzt können die da alle auf den Minenwerfer gehen. Also... Das hasse ich an diesen Kobold, ne? Da sind immer so richtig viele Fallen. Das finde ich immer... Naja, egal. Es sind Kobolde und... Ja. Die haben halt extrem viele Fallen bei sich. Das ist ein bisschen blöde. Aber naja, was soll man daran ändern? Geht nicht. Gleich fliegt bestimmt auch wieder irgendwas hoch. Doch nicht. Wow. Da war bestimmt... Nee, auch nicht. Geht gar nicht. Stimmt. Aber besser läuft es gerade, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich verkackte das so richtig. Aber hier steht bestimmt... Nein, da steht nichts. Bitte. Da steht eine Bombe. Naja, okay. Auf dem Weg kann aber auch nichts mehr stehen. Das ist sehr gut. Aber da... Hä? Ja, ich habe das dann safe gewonnen. Ja, nice. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich das noch gewinnen werde. Komplett. Naja. Barbaren sind halt gut. Und das muss auch noch zerstört werden. Hm. Sollte gleich so weit sein. Und dann habe ich den Kampf mit 100% gewonnen. Nice. Perfekt. Ja, finde ich auch perfekt. Leider habe ich jetzt nur 17.000 bekommen dafür. Aber naja, egal. Ist dann jetzt halt so... Ich kann nicht mehr irgendwas holen irgendwo, ne? Magier-Turm. Luftbombe. Die holen wir uns mal. Zwei Stück. Und ich kann die V... Äh, Foulen. Die Fallen. Aber wieder so auf... Äh, anmachen sozusagen. Wofür steht die drei nochmal? Oh, ja, 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 nice. Ich habe wieder Juwelen. Aber das waren nur zwei. Hast du da? Herr, nice. Jetzt habe ich wieder 50 Juwelen. Das heißt, ich kann direkt den nächsten Angriff machen. Das ist mega nice. Da kann ich jetzt eigentlich wieder die... Ja, Kubot kann ich wieder angreifen. So, perfekt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in Fikova. Was ist Fikova? Uh, der hat sogar drei. Und... Oh Gott, hat der... Als ob... Der ist hier bestimmt überall Fallen gesetzt. Kann ich doch wetten. Ja, hier sind überall. So, das heißt, kann ich jetzt hier machen? Okay, ich hoffe mal, ich hätte den Minenwerfer down. Der müsste hoffentlich gleich weg sein. Ey, ah! Ich dachte, ich kann das da setzen. Doch nicht. So, jetzt hier nochmal ein paar. Nein, ihr solltet alle auf den Minenwerfer möglichst gehen. Der Minenwerfer muss weg. Mehr will ich nicht. Einfach nur den Minenwerfer weg. Beseitigen. 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 Weg mit dem Minenwerfer. Das ist so der Haupt-Damage-Faktor, den es da gibt gerade. Oh Gott. Da sterben einfach nochmal Truppen wegen diesen ganzen Zeug da. Den ganzen Fallen. So, perfekt. Nice. Das geht einfacher als gedacht. Tatsächlich so ein Koboldkampf, finde ich jetzt irgendwie. Ist nice. Jetzt habe ich zwei Koboldkämpfe gewonnen. Was ist das hier? Ereignisse. Ja, das bringt mir glaube ich nicht so viel. Nö. So, das war es vom Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst euch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und hier unten seht ihr ein rundes Logo. Mein Logo. Und da könnt ihr draufklicken und da kommt ihr zu meinem Kanal. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen von mir verpasst. Hier links und rechts seht ihr zwei weitere Videos von mir. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, klickt einfach mal drauf. Und dann viel Spaß dabei. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao.